Da ich nicht verkleidet bin, sollte ich besser Abstand von diesem Kollegen halten, um keine Aufmerksamkeit zu erwähnen. Chewbacca und ich warten hier, bis ihr den Weg zum Kontrollraum gesichert habt. Je weniger Bookies unterwegs sind, desto eher bleiben wir unentdeckt. Wir müssen höher rauf. Genauer gesagt, in den Kontrollraum. Da oben. Ich soll mich im Kontrollraum melden, aber die dumme Tür klebt schon wieder. Wo sind diese Wartungs-Druiden, wenn man mal eine braucht? Denkst du, mit diesen Uniformen können wir die Terminals benutzen? Okay. 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 Schätze, wir werden die Thermaldetonatoren dieser Uniform ausprobieren. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Oh, hallo! Was kann ich heute für euch... Er sagt, er hat die Hauptsteuerung für den Energiestrahl gefunden, der das Schiff festhält. Ich muss alleine gehen. Die Macht wird mit dir sein. Immer. Die Prinzessin, sie ist hier? Prinzessin? Ich fürchte, ihre Exekution ist schon geplant. Doch, wir müssen etwas unternehmen. Wir sehen uns beim Schiff. Alle Läfte und Haupttüren sind außer Betrieb, bis die Eindringlinge gefunden wurden. Du bist unser Gefangener und wir bringen dich in den Inhaftierungsblock. Kapiert? Weil wir die Prinzessin retten müssen. Darum. Wenn ich mir mit diesem Helm noch einmal den Kopf anstoße, laufe ich zur Rebellion über. Ich schwöre... Ah, hör schon auf. Hier gibt's nichts zu sehen. Wir bringen nur diesen Buki in seine Zelle. Ich kann immer noch nicht glauben, dass das die gesuchten Droiden waren. Direkt vor unserer Nase. Jetzt hör schon auf. Guckt weg mit dem Schrank. Jetzt dauert uns und lass ihn das Leben weiter. Äh, warum hab ich sie bloß durchgelassen? Die Turbolifte bleiben alle abgeschaltet, bis ihr Idioten die Rebellen gefunden habt. Die Turbolifte bleiben alle abgeschaltet, bis sie bloß durchgelassen, bis sie bloß durchgelassen, bis sie bloß durchgelassen, bis sie bloß durchgelassen. Eine miese imperiale Technik. Funktioniert nie so, wie sie soll. Findet die Eindringlinge. Feuer! Schau! Ein Plan B! Alle Düfte sind gesperrt, bis wir sie gefunden haben. Oh! 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 Wir sind in diplomatischer Mission unterwegs. Sie sind dämlich ein Rebell. Hat Vader den Typ mit der Macht hochgehoben? Ja. Das ist so cool. Die Nächsten, der mich fragt, ob er den Turbolift benutzen kann, schieße ich ohne Rückfahrschein ins All. Natürlich erst, wenn die Türen wieder in Betrieb sind. Befehl von Vader persönlich. Der Lift ist gesperrt, bis die Eindringlinge gefunden wurden. Also verschwinden. Endlich. Lös mich mal eben ab. Ich muss kurz wohin. Äh, Pause machen. Einfach immer weiter vor den Eindringlingen warnen und so. Wir müssen die Truppen irgendwie dazu bringen, dass sie die Suche einstellen sollen. Auf uns werden sie kaum hören. Das wird nie funktionieren. Die, äh, Eindringlinge wurden gefunden und werden dafür bestraft, dass sie es gewagt haben, unser Dings hier zu betreten. Ihr könnt also alle wieder die Lifte benutzen. Ihr habt Lord Vader gehört. Schaltet die Lifte wieder ein. Die Turbolifte fahren wieder. Schnell in die Kantine, bevor Ihnen wieder der Nachtisch ausgeht. Unglaublich, dass das funktioniert hat. Ach, du sagst es. Vielleicht sollte ich Schauspieler werden. Damit kommen wir direkt in den Inhaftierungsblock. Stimmt's, Chewie? Gefangenenüberführung von Zellblock 1138. Was? Wer ist das? Ah, er ist ein echt fieser Wookie, Sir. Reißt gerne Arme aus. Der gehört dringend hinter Gitter. Von einer Überführung ist mir nichts bekannt. Nicht? Tja, wir können ihn auch freilassen und er reißt euch die Arme aus, wenn ihr das wollt. Na schön, beeilt euch. Öffnet den Inhaftierungsblock und sperrt den Wookie ein. Das sind die Eindringlinge. Angriff! Vorsicht, er hat sich losgerissen. Vorsicht, Amy! Ach mal. Hey, sagst wir Sie. Wir sind unser Ende. Ah, wir haben alles unter Kontrolle. Situation normal. Was ist passiert? Ah, eine unbedeutende Waffenfunktionsstörung. Aber es ist wieder alles in Ordnung. Alles in Ordnung. Also wie gewohnt. Vielen Dank. Und wie geht's bei euch? Wir schicken eine Streife. Negativ, negativ. Wir haben ein Reaktor-Lenk hier. Gebt uns ein paar Minuten, um das wieder hinzukriegen. Ein sehr großes Lenk. Sehr gefährlich. Wer spricht dort? Nenn uns deine Dienstnummer. Meine Dienstnummer ist... 2464. Genau. 2464. 2464? Das ist meine Dienstnummer. Nimmst du mich etwa auf den Arm, Kumpel? Bist du etwa ein Spion? Etwa von den Rebellen? Ich sollte nicht... Nein, nein, nein. Ich versichere. Ich bin kein Spion. Ich glaub dir kein Wort. Ich frage ein letztes Mal. Wie lauten dein Name und deine Dienstnummer? Ähm, hier spricht der Hausmeister. Braucht ihr neue Handtücher? Was ist los da oben? Ich stelle sofort eine Druck zusammen und komme zu euch auf. Nein, nein. Wir bringen ihnen die Handtücher aufs Zimmer. Kein Grund zur Orbe. Und Bless für die Handtir. So klein und schon bei den Sturmtruppen? Ich bin Luke Skywalker, ich bin hier, um euch zu retten. Kommt! Kommen wir nicht raus. Eine fabelhafte Rettung. Los, in den Müllschach, Flieger! Los, rein damit ihr, du harrige Arme! Dann stimmst du heim! Was für einen betörenden Geruch ihr entdeckt habt. Es könnte schlimmer sein. Es ist ein schlimmer. 3PO! Schau dir nicht, 3PO! 3PO! Wo steckt der nur? 4PO! Diener! 4PO! 3PO! 5PO!